Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Andrew. So. Ab ins Loch. Ab. Was? Was? Ins Portal. Ins Portal. Ja. So, also eigentlich die Waffe, die wir haben, die Kiki gerade gefunden hat, die ist richtig gut, aber wir sind schon schwach. Ja. Da müssen wir wohl noch ein bisschen stärker werden. Hier liegt was. So. Und? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich glaube dann durch die Tür. Durch die Tür. Oh. Ich sehe. Da kommt der Chef. Okay. Guten Tag, haben Sie eine Minute. Das Wort von unserer Lord Diablo. Super. Genau. Samstagmorgen, der war noch nicht wach. Der Herr hat immer Zeit für uns alle. Aha. Lalalala. Guck mal, wir haben noch gar keine Cola gebraucht. Bis hier. Zwei Dingchen getötet. Uh. Ja, das ist ja schon mal. Das ist schon. Ja. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ja. Jetzt im Kiosk-Sparmodus. Ja. Kiosk-Sparmodus. Das ist gut, ja. 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 Ja, man soll ja auch nicht so viel Cola trinken. Das ist schlecht für den. Ach so, hier ist nichts. Von der Grund her. Na gut. Dann müssen wir woanders. Über die Lava können wir nicht. Also, außen rum. Oh Gott. Irgendeinen Haken gibt es immer. So, was gibt es hier? Was ist das? Was ist wo? Ach da. Eine Kiste. Ach so. Geh mal an Ihre Kiste. Ich darf ja mal, ne? Geh mal an Ihre Kiste. Was denn? Das schauen Kinder. Echt? Die sollten eher zur Schule gehen. Ja. Kinder geht raus spielen. Das Wetter ist schön. Nein. Okay, gerade nicht. Aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, in welchem Augenblick die Leute das hier sehen werden. Ich kann aber schon mal sagen, dass das Wetter nicht so gut sein wird. Ganz links so. Ach so. Andere Richtung. Andere Richtung. Ja, so ist gut. Ja, stimmt. Da ist noch eine Ecke. Ja, hier. Sehr genau. Weiter dahin. Hier? Ja. Dort? Da links. Ah ja. Hallo? Eben, wo muss die Treppe da unten sein? Ja. Bestimmt. Waren wir ja schon mal? Ja, ne? Da sind nur falsch gelaufen. Ja. Ja. Ja, da, 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 da. Aber da irgendwo war noch eine unentdeckte Ecke unten. Äh, rechts. Ach so. Aber das ist wahrscheinlich nur eine ganz kleine Mikrowand. Eine Mikrowand? Mütze? Ja, sicher kann man sagen. Nein, das kann gar nicht. Ach so, ja. Eine Mikrowand. Ah! Da war der. Und aus der Ecke springt ein... Audio. Ein Dienst. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich hab's nicht gelesen. Pummelow. Pummelow? Ich hab's nicht gehört. Wir sind hier nicht bei Pokémon. Ach so, da oben irgendwo ist noch eine Tür. Ja, das stimmt so sein. Und dann... Äh, nee. Das kennen wir doch alles, oder? Ja. Ja, das ist nur schwierig, sich hier zu orientieren, weil es kein Labyrinth mehr in dem Sinne ist. Ja. Und das ist ja viel offene Fläche. Das stimmt. Aber irgendwo muss ja die Treppe sein. Ja. Treppe? Ach so, hier ist was, oder? Ja. Weiter hoch. Ach hier. Ja, wir machen hier einen fröhlichen Höllenspaziergang. Wer es warm haben möchte, dann empfiehlt sich das. Hm. Ich glaube da links. Das wäre so die einzige Möglichkeit eigentlich. Ja, also hier ist... Ach hier ist noch eine Tür. Hallo. Das klingt ganz gut. Guten Tag. Ich trete mal ein. Ach hier sind noch ein paar Fässer, die wir noch nicht zerstört haben. Wir haben echt ein Komplex irgendwie. Ja. So. Und verarbeitete Kinder jetzt auch mal. Ah. Da ist sie. Oh, da ist sie ja. Ja. Guck dir mal noch diese Tür hier. Ach hier. Vollständigkeitshalber. Okay. Hallo? Ich komm jetzt rein. Ich bin jetzt drin. Oh, wie nennt man einen Zwerg, der natürlich hier ist. Sicherheitshalber. Oh. Oh, ja. Das ist aber auch irgendwie niedlich. So. Als Witz ist das sehr niedlich. Okay. Dankeschön. Nein, denn Witz an sich ist niedlich. Als ich gesagt habe, ich werde Comedian sein, haben alle Leute gelacht. Jetzt lachen wir nicht mehr. Ja. So. Jetzt sind wir Level 12. So schnell kann es gehen. So. Ich geh mal an ihre Kiste. Okay. Das machen wir mal als erstes. Wenn wir irgendwo... Ah, eine Cola. Wir haben Eva noch keine Cola getrunken. Das macht mir Angst. Hä. Mir nicht. Aber... Also ich meine... Meinst du, da kommt jetzt was Schlimmes? Okay. Ich glaube, der liest das und dann wäre der Lese-Kommandant 100 weiter. Scheiße. Lord of Terror and Destroyer of Souls. Ah, das ist immer diese Gobi. Ja. Immer so Sachen. Ja, genau. Das Gästebuch des Teufels. Ja, genau. Das Gästebuch des Teufels. Da haben die auf den Blum. Das hat mir hier sehr gut gefallen, mein Teufel. Ich würde wiederkommen. Diesen Grund-King Leoric. Also es ist ja auch sonst nicht so. Es gibt zwei, haben Tonias Wege. Und dann, durch Zufall, fängst du einen oder den anderen. Und dann, glaube ich, wenn du gegen den Fleischer schließt, dann findest du diesen König, diesen König. Und wenn du den König findest, dann den Fleischer nicht. Und dann kriegst du entweder diese Axt oder diese Krone. Ich meine, ich bin Profi unter euch. Ich finde, sollte man das finden. Kann man sich gerne. Aber irgendwie so war das. Dazu äußern. Die sind nicht alle weg. Vorbei ist ja auch okay. Ja, ich vermisse sie jetzt nicht so unbedingt. Muss ich sagen. Ich bin ja gespannt, was sie sich eigentlich finden. Wer finden? Ich geh mal an ihre Kiste. Aha. Die magst du ja besonders. Ja, wobei. 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 Ähm. Ja okay. Wir sind eben stark. Ach ne. Ach ne. Also ich meine, die letzten, die mir begegnet sind, die gingen dann schon wieder, weil wir dann schon was stärker waren. Aber die hier. Äh. Oh ne. Nicht schon wieder in so eine Ecke, ne? Ja, das ist nicht so gut. Und dann speichern. Ja, das ist gar nicht gut. Ja, das hatten wir schon mal. Äh. Das Problem ist, dass die kommen auch nicht richtig auf dich zu, ne? Nee. Die chillen einfach rum. Ja, die chillen in Gruppen, ne? Das nervt. Ja. 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 Ach, Mann. Ne, war das nicht. Ja. 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 Muss du lassen haben? Ist noch keiner gestorben, ne? Nee. Aber lieber links. Ja. 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 Dann musst du wieder direkt hoch rein. Oh. Ja. Am besten jetzt sind sie. Hehehehe. Das war schon an dem Motto, wir haben noch nie eine Kohle getrunken, ich bin jetzt so besonder, ganz schief, aber wir haben noch ein paar über. Zucker ist schlecht, Upsa, Zucker ist schlecht fürs Herz. Das ist echt ne gute Frage, wie gut Zucker ist. Hip Leute sagen heutzutage Zucker ganz schlimm, aber das ist das, was dein Körper braucht, um zu leben. Ja, es ist halt auch die Frage, welche Form von Zucker. Aber gut, Zucker kann zum Beispiel auch süchtig machen. Also ich meine so die ganz Hardcore Leute. Hardcore Zucker, also. Also wenn du zum Frühstück schon mal so eine Flasche Cola trinkst oder so. Ah, einer ist gestorben. Ja, das überrascht mich jetzt. Hilfe. Ach Leute. Was, was war das denn? Ihhh. Hoppla, die hat aber kaum was an. Oh. Ich bin vielleicht ganz nach unten. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Und den grauen Gans zum Entschluss. Hilfe. Hilfe. Okay. Aber der kommt eher. Ja, aber die sind viel langsamer als du. Na gut, das stimmt. Hallo? Hallo. Hilfe, der kommt ja. Was sind die denn? Hallo. Mann ey. Könnte ich mal sterben. Ich bin auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht wie du das durchgelaufen bist, aber das war gut. Ja. Ich mag nicht. Ja, du kannst schon unauffällig wieder nach oben gehen. Ganz unauffällig. Hui. So, vielleicht finden. Ja. Hä? Ja. Der Cola Organizer. Ja, wie viele sind gestorben? Einer, ne? Die Frau hast du. Die Frau auch. Ja, okay. Dann hat es zwei. Ja. Das war nett. Ich frage mich, wie die Mann so die Entscheidung getroffen hat. So, ey. Was für eine Russland möchtest du hier für einen Kampf haben? Ach. Ach, ich nehme nur den BH. Ich bin jetzt brasilianisch gewachst. Hehe. Ich habe extra trainiert. Hilfe. Stirb doch mal. Stirb. Genau. Oh, guck. Ja. 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 Irgendwie schon. Oder ich habe den schon ein paar Mal erwischt, ohne es zu wissen. Ach. Oder so. Es gibt immer Cola Organizer. Huch. Wir schmeißen die auf den Boden. Aus Freude. Aus Freude. Zu viel Zucker in mir. Es ist die Zucker in mir. Es ist der Zucker in mir. Es ist der Zucker in mir. Du hast einen Zucker in mir. Guck dir mal diese Rüstung mal an. Oh, der ist 40 und dein? Oh, 25. Da ist eigentlich eine viel bessere Rüstung, als du da hast. Die hier? Die ich habe? Oder die ich... Was? Den hier. Sieh dir das mal an. Moment. Du hast Amor 44. Wenn du das anhättest. Oh, ja. Dann machen wir doch dies. Sehen wir anders aus, nicht? Optisch. Ein bisschen dicker. Sehr gut. Ich habe einen Blick dafür. Es gab uns nichts aufhalten. Ich habe da einfach einen Blick dafür. So. So. Stirb. Fuck. So. Wir haben ja noch zwei Homies. Ja. Und dann... Ja, da irgendwo habe ich noch mehr geholfen. Oh. Moment. Oh nein. So. Nochmal. Ja, gut. Gut, dass man öfter mal... Ja, guck mal. Da war nur noch ein paar. So. Der ist schon mal tot. War eine gute Rüstung. Ja. Total. Ja. 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 So. Oh, Mensch. Hack. Jetzt hat er Angst. Ja. Oder doch. So. Yes. Oh Gott. Speichern mal. Dann würde er mir sagen, dass er so einen Scheiß anhatte. Ja, klar. So, machen wir ein bisschen Cola. Ja. Äh. 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 Ja, wir haben ja nur so viel Cola getrunken, um diesen Umhang zu kriegen. Mh. 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 So. Mh. Also hier war noch so ein Käfig mit... Ja, war einer da. Ja. Der kleine Philipp. Ah, der kleine Timmy. Den hat man dort gelassen. Ja. Hier ist noch Geld. Mama. Mama. Wo seid ihr denn alle? Ihr habt gesagt, wir gehen flitzen und alle flitten. Komm mit. Ah, da ist noch einer. Na gut. Noch einer. Na gut. Ja gut. Die drei sind immer noch besser als da drauf. Ja. Die sind zwar schüchtern. Ja. Manchmal nicht. Häh. Da steht. Guck her. 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 Oh ja. Das ist eine nette Überleitung. Guck. 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 Guck mal eine Kohl. Guck mal bitte. Guck mit diesen Explosiven Weinfässern. Ja der Wein steht schon mit. Ah, Level 13. Oh. Ohohohoho. Ohohoho. Ja, gut, dass ich gesagt habe, speichern mal. Ja, wir müssen nur an die drei Kids unten, also Timmy und Co. Timmy und Co, ach ja. Stimmt, das war's. Ja, wir hatten uns gefreut. All diese Frauen sind ganz nett. Ja, aber so im Rudel, weißt du ja. Und mit Hundis. Mit Hundis. Au, au. Aber. Was? Was, was, was? Jetzt, ähm. Jetzt machen wir ja vielleicht die Fässer nicht kaputt. Okay, ja, das wäre natürlich eine Sache. Nur so. Ja, immer als hinschmer. Ich habe ein schlechtes Gefühl, so. Weiß nicht, wie du. Mach. Okay. Zuck zurück. Bleib stehen. Ja, das hat uns Geld nicht gut gefallen. Nee. Er mochte nicht, was er da gesehen hat. Geld. So ein kleines Kind hat er jetzt. Ich werde dich töten, ich töte dich. Oh, leuchtet. Geld. Ach, geht. Sag mal. Oh, ich würde nicht in das ohne Vorschläge reinjoggen. Ja, okay. Das stimmt. Ich glaube, hier ist irgendwie Geld hinter dieser Wand gefallen. Ja, ich würde nicht in das ohne Vorschläge reinjoggen. Ja. Oh Gott. Pixel, pixel, pixel. Pixel. Dort. Dort. Okay. So, ich speichere nochmal. Ja. Ja, vielleicht kannst du dein Gesicht zeigen und dann wieder wegdrehen. Yikes! Oh nein, wieder eine Renn. Die Tangerfrau rennt. Die Tangerfrau. Ja, ja, erst heiß machen und dann wegrennen. Ich hatte so eine Mikrowelle, Damen. Die Tangerfrau rennt. Nein! Ach, nein! Was ist das denn hier? Was auch eine wunderbare Möglichkeit wäre, ist... Ja. Ah, guck mal, da hinten weg nach. Timmy! Kleiner Timmy! Ah, okay. Es, äh... Hm? Speich? Genau, die Cola wegschmeiß. Ähm... Ja, vielleicht machen wir gleich noch mal da. Vielleicht machen wir gleich noch mal da. Ja, vielleicht machen wir gleich noch mal da. Vielleicht machen wir gleich noch mal da. Ja, vielleicht machen wir gleich noch mal da. Ah, okay. Ah, okay. Sogar wir gehen ein bisschen Treppe hoch und dann machen wir alle in Ruhe. In Ruhe. Up to Level 11. Mhm. Aua, die Apfrau. Ja. Und dann können wir einen Total machen. Ja. Bier. Mo. 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 Oh nein! Nein! Ach so. Ah. Dann gehen wir doch da hin. Na gut. Dann können wir Cola freuen. Aber bevor wir das machen, sprechen wir in der nächsten Folge.